Hey, ich bin Jusus von Once a Faster. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei unseren Übungen und Tipps zum Thema Laufen. Was wir heute machen werden, wir schauen uns an, wie man die Körperhaltung unmittelbar beim Laufen verbessern kann. Das heißt, wir geben dir hier wieder ein Gefühl mit, das dir helfen soll, aufrechter und so zu laufen, dass deine Hüfte eher weiter vorne ist. Und zwar, was du da probieren kannst, ist, dass du dir einfach vorstellst, dass du an den Schultern aufgehängt bist. Du bist an den Schultern aufgehängt, wie so eine Marionette am Kopf und mit dem Gefühl läufst du einfach mal. Ja, was kannst du jetzt in deiner nächsten Trainingseinheit machen? Du kannst einfach mal, ja, eine Strecke von vielleicht 10 bis 15 Metern so laufen, indem du im Prinzip dir vorstellst, ja, du wärst eine Marionette. Aber die Seile, die sind einfach nicht gespannt, sondern ganz locker und du sackst dann in dich zusammen. Der Schritt, der wird kürzer. Es ist so, dass du im Prinzip bei jedem Schritt abstoppt. Jetzt, du hockst automatisch so hinten ein bisschen drin. Das ist sehr unökonomisch. Was du dann machst, du gehst her und stellst dir eben vor, dass du aufgehängt bist auf den Schultern oder an den Schultern vielmehr und dann oben am Kopf. Und das bringt uns von dieser Position erstmal, ja, bringt unsere Hüfte nach vorne. Und dann ist es so, dass wir einfach aufrecht sind, gut Luft bekommen und eine aufrechte, natürliche Haltung haben. Und so läufst du dann nochmal fünf Wiederholungen und während deines Laufs kannst du auch immer mal wieder darauf achten, dass du hier aufgehängt bist. Was ganz wichtig ist, ist, dass du jetzt aber nicht anfängst, hier ins Hohlkreuz zu gehen, sondern dass die Seile dich einfach nach oben ziehen, die Gedachten. Das war es für dieses Mal. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Probier es einfach mal aus, schreib uns in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Wir freuen uns auf die nächste Session mit dir. Wäre cool, wenn du bis dahin unsere Videos Likes teilst und vielleicht unseren Kanal abonnierst. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg und schnelle Beine. Ciao.